Tag und vor allem in den letzten drei Tagen hier in Nürnberg. Grüß Gott, liebe Bläserinnen, liebe Bläser, liebe Ehrengäste in meinem Rücken, liebe Gottesdienstbesucherinnen und Besucher, mit den Gedanken von Siginde Mörtel aus unserem Verband begrüßen wir Sie recht herzlich zum Abschluss, zum Höhepunkt des diesjährigen Landesposaunentages. Schön, dass ihr alle da seid, schön, dass Sie da sind, schön, dass wir diesen Gottesdienst nun gemeinsam miteinander feiern können. Singen und spielen wir deshalb gemeinsam das Lied, in Christus gilt nicht Ost noch West. Amen. 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 Musik Musik Musik